Ich will mit euch in den anderen Diskurs von Twitter-Usern gehen und zwar habe ich das Intro schon angesprochen und zwar gab es vor ein paar Wochen jetzt so einen kleinen Aufschrei und zwar War die Timeline full mit Beyblades? Es gab unfassbar viele Tweets zu Beyblades, die gehighlightet haben, wie krass doch Beyblades als Serie war eigentlich, also Metal Fusions. Und ich möchte, ich habe es mir nur nicht angeschaut, ich möchte mit euch mal durchgehen, durch diese unfassbar geilen Tweets. Bro, Bro, I can't forget how they were actually doing Dragon Balls stuff in the air. Digga, er hat die momentane Teleportation. War die später mit ihren Beyblades synchronisiert? Ja, was taking a leisure stroll and almost got sniped by a Beyblade. Captain Capri, if you want to get me, come get me. Bro, ich habe eine Sniper. Ich habe eine Sniper. Oh mein Gott, ich erinnere mich noch an den. Bro, what the hell? Ja, Capricorn, stimmt. Ey, ich kenne den einfach noch. Target locked. Let it... So this is Captain Capri. Oh, er wurde einfach... Nein. This man, Ryuga, throwed his Bey and instantly destroyed everyone. He will always be the Blader with Black Air Force Energy. Why, he used his hand. Huh? He's making fun of us. Wieso läuft er im Hintergrund? Yabba-Di-Double-Di. What is going on? This Bey's spin is somehow increasing. So boring. Wieso ist hier ein Trap-Remix von Yabba-Di-Double-Di? How to survive on a cliff with a Bey? Nein, Alter, Bro. Aura, this Aura, that my guy Ryuga is the Emperor of Aura. Was ist hier los? Even if the opponent is Ryuga, I will win. I must not lose this. I will not lose. And now, Hikaru's opponent is. The fearsome Blader, who blew through various tournaments like a lightning storm, winning all he entered. The seemingly unstoppable Ryuga. Bro, he had Blitze. That was the same with some. Alter, er hat ja diese andere Aura. Why did I... Why did I think I could win, even for a moment? Bro, einfach different Aura. Dieses alte Franchise-Anime, wir waren so lächerlich wie mit der Cyber-Finsters-Krotte. Naja, Bro, ich sag's dir, es ist echt different. Wir haben letzten Monat Merch gedroppt. Die erste Kollektion der Japan-Arc. Freunde, ich kann nur immer wieder sagen, danke, danke, danke. Der Support, den ihr gezeigt habt, ist wirklich unglaublich gewesen. Aus diesem Grund hat mein Team auf Hochton gearbeitet, um für euch eine weitere Linie zu präsentieren. Nach Shibuya kommt jetzt Shibuya 2 mit vier neuen geilen Pieces. Shikigami, Six, Ice, Fukuma Mizushi und natürlich Saikyo. Alle neuen Pieces liefern die gleiche Qualität wie der erste Release. Jedes Design hat wieder die klassischen Standardfarben und eine Variation in der Special-Farbe. Darüber hinaus gibt es jetzt auch Pieces in eben Beige. Wie schon beim letzten Mal erwähnt, Leute, nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr auch das Ganze so sportet habt, wie die Videos von mir, die ich hochlade. Freunde, alles, was beim Merch reinkommt, wird wieder direkt in neue, coole Projekte reingesteckt. Glaubt mir, 2023 war cool, aber 2024 wird noch viel besser. Der Shop ist jetzt für euch online. Ihr könnt jetzt bestellen. Der Link dazu ist in der Bibelbeschreibung. Nutzt dabei auf jeden Fall meinen Code RAFI5 für 5% Rabatt. Und die erste Bestellung gehen dabei am 11.1. raus. Freunde, vielen Dank und auf ein weiteres geiles Jahr 2024. Hey Gott, Domain Expansions in Beyblade. Warte mal, was? Beyblade is never this serious. Bro, did a Domain Expansion. Einfach Domain Expansion, Alter, nein. The Sudden Ryuga X Kenta Appearance in Season 3. Oh, japanisches Be- Oh! Doke! Oh mein Gott, er ist so eifer! Er hat die einfach gekillt, Alter, ich kann nicht mehr. Oh, Nanami Stimme, der Ehren-Sekronsprecher. I'm talking to this guy. Ryuga! Warte mal, die sind zu- Warte mal, die sind später im Team zusammen? Ey, ich schwöre, Ryuga hat wirklich Mardek-Energy. Kai's Charakter-Development better than the true protagonist of Beyblade. Okay, 1 Minute zu 30 pikes, Chat. Ich muss aber sagen, Kai hat schon echt ein richtig geiles Charakter-Design. Er sieht schon richtig geil aus. Die OG-Designs von Babel waren schon geil. Echt, wirklich. Das ist richtig cool. Max, Bro. Max war auch so ein Dog. Oh, wie hieß der Asian-Boy, der China-Boy? Wie hieß der nochmal? Ray? Ray hieß er, ne? Ray war auch crazy. Heißen sowieso eben, Mann. Guck mal, Digga, als hätte er kurz in fucking Yu Yu Hakusho gekämpft, Alter. Guck mal, ey, guck mal, bitte. Bitte, seid mal ehrlich, ne? Guck mal, diese Charakter-Designs. Die sind so iconic. Die sehen so geil aus, einfach. And that's my strength. I don't understand you. What are you saying? I don't understand. I don't think you ever will. Metal Fusion auch geil, aber ich sage, Charakter-Designs von OG sind zu drippy. Man, they was really out here, powering up and shit. Ready to beam clash over a spinning top, bruh. MS was going super safe playing with Beyblades. Pigga, was geht denn in den neuen Staffeln ab? Bro, different. The MF alone will solo 95% of Animanga-Characters and Verses, okay? Nicht einfach Dark Souls-Level. This shit was an Avengers-Level-Thread, let me tell ya. Come on! Was ist hier los? Shit so stupid, but still raw as fuck. Yes, he even has black wings. Warte mal, er heißt, warte mal, heißt der Brooklyn? Sag mir bitte Cullen Games Vorlage. Sag mir nicht, der heißt Brooklyn. Warte mal. Hab ich mich auch gefühlt in der Grundschule? Gut und egal. Ryuga from Beyblade walked so- Ryuga from Beyblade walked so Sekuna could run. This MF was snatching souls. Let's play a little game I made. All you gotta do is pick a candy bar one guy to play. If you eat the wrong one, I swear to God, but that's all you. All I know is, if you spit that shit, I'll burn up and I'll shoot. Hey, diese Digger, diese, diese Teasel, Alter. The shit was serious? He literally pierced, pierced him, bro. Oh mein Gott, Alter, guck mal, was wir für Battles hatten. Ey, sag mir bitte nicht erst bewusstlos im Stehen. Sag mir bitte nicht erst. Nein! Nein! Bro, voice acting on point! Voice acting on point, Alter. Ever told you guys about how Moses parted the Red Sea with his God-given baby? Tremendous power hidden within Bays. Since ancient times, the existence of Bays can be found in moments throughout history. The power of Bays have been used to change the course of rivers and oceans. Das ist einfach, guck mal, was einer geschrieben hat. I now want a complete revision of the Bible, where all the major story beats are Bays related. Ich kann das nicht mehr. Bays not so serious. Ey, was ist hier? los, Alter. Bro, Bayblade either mit Outer. Did this MF just summon the gates of hell? Bayblade is not that serious. Bro, nuke the area? Play a little game I made. All you gotta do is pick a candy ball, one gotta play. If you eat the wrong one, I swear to God, but that's all you. I know as if you speed that shit I'm sorry. Bro, er hat einfach Zenbunsa cooler gedroppt. Nah, bro, these MFs were terrorists. Oh, der clip wieder. Das ist in der gleichen, der hat in der gleichen Folge, wo er die Stadt zerstört hat, hat er einfach das Gate of hell beschworen. 4000 China, hä, was? Thanks for the advice, Chao-Shin. Well, you know what? You definitely look the best when you're smiling, Madoka. It's amazing. Now she's back in a good mood again. Is that a 4000-year-old Chinese technique too? Bro, Bayblade was so insane. Look at Ryuga talk about El Dragos history. Okay, das ist ein Clip mit Potential. Once upon a time, a star fell from the sky, my friends. There were two fragments of the star. The first fell in the birthplace of Bayblade, the town of Coma Village, and became Pegasus. And the other was passed down among powerful people, who burned with ambition. Sind Pegasus und El Drago Cousins, oder was? Making its way through the world's greed and eventually becoming El Drago. Oh my God. The true form of the dark power was really the ambitions, desires, anger and greed of humans, that were absorbed and increased by El Drago throughout its long time. Die Macht von El Drago kommt vom Hass der Menschen. Und dieser Hass der Menschen hat sich dann gegen sie gestellt. Was bedeutet, dass Bayblade eine Serie ist über den philosophischen philosophischen Struggle der Menschen und dass sie sich ewig hassen werden und dass er Hass auf sie zurückkommt. Geisteskrank. El Drago ist einfach meid so. Und wenn es ein Macht von Menschen ist, dann gibt es keine Grunde, warum ich es nicht kann, zu überkommen. Oh, das ist, das ist wirklich eine Dork-Energy. Er weiß, El Drago's Kraft kommt aus dem Hass der Menschen. Er weiß, die Kraft ist krass, aber weil es von Menschen erschaffen worden ist, also die Kraft, weiß er, dass er sie übertreffen kann. Yoga different. Just so you know, this becomes schizophrenic because of a spinning top. Hahaha. Shut up. You feel so much better. Hahaha. Bro. Stop it. Wow, Tubasa. Bro, man. Bus kid, danke dir, danke. Bus kid, danke dir, ey. Es ist so geil, es ist krank. Ich kann nicht, ey, es tut mir leid, ich kann nicht aufhören. Ich kann wirklich nicht aufhören, es ist zu geil gerade. This man is the definition of Aura. They don't make rivalries, rivalries like this anymore. They have collapsed. And look, Pegasus and Leon are still spinning. AAAAAAAAHHHHH! Bro, ich bin ehrlich, Jenga auf Englisch geht gar nicht. Also Jenga auf Englisch ist echt Katastrophe. Das ist so different. Das ist so different, ich kann das nicht mehr. Your favorite words ain't getting past basics. I won't lose. I cannot lose. Not now. If I lose, Toby will die. Warum will Toby sterben, bro? Is das eine Domain-Expansion wieder? Das ist die most Aura of any character ever. Bro, abdick jetzt irgendwie Sneaky herausgehauen hat. His base spin is somehow increasing. Ich bin mir sicher, dass sie den zu 5 jumpen könnten. Ryugos unhinged love at the end. Jenga, Jenga, there's no point in defeating you as you are now. Build up your points and come see me in Battlebladers. Jenga, Jenga. 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 Bro, die lachen. Wende. Oh, keine Tifa. Nein, keine Tifa. Nothing compared to what I've come to living in a world. I'm complete under darkness. Huh? What now? The ultimate move! Dragon Emperor, life destructor! Jenga, Jenga, Jenga mit so'n scheiß Adler, mit so'n Vogel gegen so'n Gottwachen. Mein Lieblings, mein Lieblings- Blader ist fucking Ryuga. Alter, ist das amazing. Ist das geisteskrank? Oh mein Gott, was ist das für eine geisteskrank? Oh mein Gott, er wird zum Super Saiyan-Jinn. Oh mein Gott, er entwickelt sich. Oh Gott, oh Gott, das sieht aber echt wack aus. Oh, der Muskel bekommt. Das ist einfach Gone in Folge 131. dieser wack-ass Sound am Ende, chat. Hört mal bitte diesen wack-ass Sound. Das war mein geiler Clip, Alter, das war echt crazy, man. MF turns Super Saiyan into shit while fighting Ryuga. Oh nein, so super Saiyan-Jinn. Ich bin komplett neu in der Anime-Manga-Welt, was soll ich schauen? Ich sag dir ehrlich, BayWid Metal Fusion, Bro. BayWid was not the serious MS blew up Meteor with spinning tops. Ski, stehe, stehe, come back and watch it, war, let's play a little game, I made. All you gotta do is pick a can of water and water and water. Was? Ist das geil, ist das Kacke, Alter. Ich kann nicht mehr. Bro, let me test one move. The move. The move, Alter. Nah, of course, I see no one talking about one of the funniest clips in Metal Fusion. Shit was so serious, bro was having a mental breakdown. Ist das wieder die Schlange? Well, that was a fun battle. You are my special. That was the best thing for your bae. Oh, der hat der richtigen mental breakdown. Hey, this is for kids' average bae-blade episode. Fuck on my neck again. Fuck on my neck again. Er ist im Stehen gestorben, bro. Again, Alter. Es ist so geisteskrank. Es ist wirklich absolut geisteskrank. Ich kann nicht aufhören, das ist wie Crack, Digger. Grinding all my life. Nipsey Hustle, bro. These MS by going hard, hard ash for no reason. Er ist einfach einer der geilsten Trends in letzter Zeit, ne? Es ist wirklich, es ist einfach... Bro, casually summons Zeus, Zeus. Sorry, every other labeled character, this is my goat now. Hä? Warum sieht Ryuga so wack aus? Wer ist das? Ryuga hat nen Bruder? Warum hat Ryuga nen Bruder? Ryuga? Bro, er hat den Sensen-Mann auf ihn gepullt. Oh, nein. Nein, nein, Bro. Nein, nein. Bitte nicht, nicht... Bitte nicht in Bakugan reingehen, Alter. Bitte nicht. Ey, aber jetzt hab ich ehrlich... Dieser eine Plot in Bakugan mit den beiden hat mich so auseinandergenommen als Kind, ne? So auseinandergenommen wie nichts anderes. Alter, ist das geisteskrank. Es ist wirklich nicht mehr normal. So, Freunde. Ich glaub, das war... Das war ne geile, geile Peak-Session von Beyblade gerade. Das war so viel geiler Beyblade-Peak-Content, das ist nicht mehr normal.